Ich begrüße euch zu meinem 24. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Wahlsystem. In Deutschland haben wir ein Problem. Durch das Wahlsystem bei Bundestags- und Landtagswahlen werden die Parlamente immer größer. Der nächste Bundestag könnte bereits die 800 Abgeordneten überschreiten, obwohl dieses Parlament eigentlich auf 598 Abgeordnete ausgelegt ist. Dieses ist der Regelung bezüglich Überhang- und Ausgleichsmandate geschuldet. Zur Erklärung. Mit der Erststimme wird gewählt, welche Abgeordnete aus einem Wahlkreis in den Bundestag oder den Landtag einziehen soll. Mit der Zweitstimme wird der Prozentsatz ermittelt, mit wie viel Prozent eine Partei in den Parlamenten einzieht. 100 Prozent sind 598 Sitze im Bundestag. Da Parteien, welche unter 5 Prozent liegen, nicht in die Parlamente einziehen, werden die Sitze prozentual auf die Parteien aufgeteilt, die in das Parlament einziehen. Jetzt kommt es vor, dass eine Partei mehr Erststimmen als zugeteilte Sitze erteilt. Diese Abgeordneten werden Direktmandate genannt und haben primär Anspruch auf einen Sitz im Parlament. Die Zahl, die über die zugeteilten Sitze hinausgehen, sind Überhangmandate. Diese Direktmandate bekommen den ihnen zugesicherten Platz. Bei Parteien, die weniger Erststimmen haben als zugeordnete Sitze im Parlament, werden aufgestockt durch Listenkandidaten, welche jede Partei gesondert aufstellt. Um sicherzustellen, dass das Wahlverhältnis nicht verfälscht wird, bekommen alle Parteien, die nur ihre zugeteilten Sitze haben, entsprechend mehr Sitze zugeteilt, bis der Prozentsatz des Wahlergebnisses wieder stimmt. Diese Mehrplätze nennt man Ausgleichsmandate. Das Problem ist jedoch nicht, dass entsprechend viele Stühle im Plenarsaal installiert werden müssen, sondern das Recht eines jeden Abgeordneten, auch in mindestens einem Ausschuss mitarbeiten zu können. In deutschen Parlamenten findet die hauptsächliche Arbeit in Ausschüssen statt. Ein uraltes Sprichwort definiert dieses Problem. Zu viele Köche verderben den Brei. Wird ein Ausschuss zu groß, ist ein vernünftiges Arbeiten nicht mehr möglich. Deshalb muss das Wahlsystem grundlegend überarbeitet werden, sodass die Parlamente auch arbeitsfähig bleiben und nicht aus allen Nähten platzen. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, an der man ansetzen kann, sind die Direktmandate. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre die Reduzierung der Wahlkreise, was bedeutet, dass Wahlkreise zusammengelegt werden müssten, um weniger Direktmandate zu vergeben. Basieren könnte eine solche Zusammenlegung auf die Zahl der Wahlberechtigten in einem Wahlkreis. Das hat jedoch den Nachteil, gerade im ländlichen Raum, dass der Direktkandidat nicht mehr zu allen, die er vertritt, einen Bezug hat. Wenn man von einer Wahlkreisgröße von zwei Millionen Wahlberechtigten ausgehen würde, je Wahlkreis, dann wäre die Fläche so weit im ländlichen Raum gestreckt, dass die Bedürfnisse vieler Wähler den Mandatsträger unbekannt wären, da jede Stadt bzw. jeder Landkreis seine Besonderheiten hat. Zudem würde in Großstädten die Interessen aufgeteilt werden müssen, weil alle viel näher beieinander wohnen, also nicht die beste Lösung. Die nächste Möglichkeit, die aus meiner Sicht besser wäre, ist das Schaffen eines Quorums, um ein Direktmandat wahrnehmen zu können. Momentan ziehen Direktmandate in die Parlamente ein, die in ihren Wahlkreisen knapp über 10% der Stimmen bekommen haben. Da kann man nicht von vertreten reden, sondern nur von zufällig mehr Stimmen bekommen. Die Lösung für die Reduzierung der Direktmandate wäre, dass mindestens ein Drittel der Wähler, die an der Wahl teilgenommen haben, diesem Direktmandaten ihre Stimme gegeben haben müssen, dass er einen garantierten Platz im Parlament hat. Wenn ein Direktkandidat die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis erlangte, jedoch die ein Drittel verfehlte, so kann er direkt einziehen, wenn er auf die Parteiliste gewählt wurde, sozusagen als bevorzugter Listenkandidat, unabhängig der Reihung der Liste. Dieser gewählte Direktlistenkandidat stünde über der Parteiliste. Somit wäre das Problem mit der Überfüllung der Parlamente geregelt. Allerdings haben wir ein Demokratieproblem, solange wir keine Elemente der direkten Demokratie in unser Wahlsystem einbinden. Ein Video zum Thema direkte Demokratie findest du oben unter dem i. Um wirklich die Wahlen demokratisch ablaufen lassen zu können, bedarf es erstmal mehrerer Wahlgänge. Im ersten Wahlgang wählt man wie gewohnt seinen Direktkandidaten im Wahlkreis, nach dem vorgenannten Modell und die Partei. Zusätzlich den Kanzlerkandidaten oder den Kandidaten für den Ministerpräsidenten. Jede Partei, die sich aufstellen kann, stellt einen Kandidaten. Die Kandidaten werden von den Parteien aufgestellt. Es hat aber auch jeder Bürger das Recht, auch als Parteiloser, sich als Kandidat aufzustellen, wenn er die nötigen Voraussetzungen wie Unterstützerunterschriften, Staatsbürgerschaft und Mindestalter und Wohnort erfüllt. Dann würde nach dem ersten Wahlgang feststehen, welche Partei die größte Zustimmung hat und wer zum Kanzler bzw. zum Ministerpräsidenten vereidigt werden soll. Der zweite Wahlgang, welcher spätestens 14 Tage später stattfinden würde, würde unter Berücksichtigung, dass die stärkste Partei immer Teil der Regierung ist, alle möglichen Koalitionen zur Wahl stellen. Das Abwägen, welche Partei will mit welcher zusammenarbeiten, soll und darf nicht Grundlage sein. Die Parteien, die als Regierungskoalition durch den Wähler gewählt wurde, stellen gemeinsam die Regierung. Natürlich nur, wenn die stärkste Kraft weniger als die Hälfte der Sitze hat. Die dritte Phase führt zum dritten Wahlgang. Sind mehrere Parteien an einer Regierung beteiligt, werden die Wahlprogramme vergleichend für einen Koalitionsvertrag gegenübergestellt. Gleiche Forderungen in den Wahlprogrammen sind direkt Teil des Koalitionsvertrags. Forderungen eines jeden Koalitionspartners, die kein Gegenkonzept haben, ebenfalls. Gegensätzliche Forderungen würden in dem dritten Wahlgang gegenübergestellt, sodass der Wähler entscheidet, was umgesetzt werden soll bzw. Teil des Regierungsvertrags wird. Themen im Vorfeld wegzuhandeln ist nicht möglich. Der dritte Wahlgang findet 60 Tage nach dem zweiten Wahlgang statt. Danach kommen die Vereidigungen. Erst des Kanzlers bzw. des Ministerpräsidenten, dann eine eidesstattliche Versicherung auf den Regierungsvertrag. Abgeordnete haben die Pflicht, die vom Bürger gewählten Programminhalte umzusetzen und Abgeordnete der Regierungsparteien sind auch haftbar zu machen bei Nicht-Umsetzung oder Ignorieren des Wählerwillen. Teil der Regierungspartei zu sein, darf jedoch kein Garant, auch als Minister eingesetzt zu werden. Minister sind parteiübergreifend nach Qualifikationen aus den Reihen der Abgeordneten einzusetzen. Die Ministerposten werden jedoch schwerpunktmäßig aus den Regierungsparteien eingesetzt. Danach gemäß Qualifikation aus den Oppositionsparteien in der Reihenfolge der Wahlergebnisse. Jeder Minister muss mindestens fünf Jahre Berufserfahrung außerhalb der Politik innerhalb der letzten 20 Jahre in einem im Verwandten Themenbereich vorweisen. Ein Verteidigungsminister muss mindestens die militärische Offizierslaufbahn begonnen haben. Ein Justizminister benötigt mindestens das zweite juristische Staatsexamen. Ein Bildungsminister muss mindestens im Lehramt tätig gewesen sein. Agrarminister in der Landwirtschaft. Finanzminister muss Bilanzbuchhalter oder Steuerberater sein. Und Familienminister, da geht es in den privaten Bereich, muss mindestens zwei Kinder und eine intakte Familie haben. Jeder Ministerposten nach den persönlichen Qualifikationen. So viel zur demokratischen Bildung des Kabinetts. Die höhere Qualifikation stellt sicher, dass Lobbyverbände nur noch minimalen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Die Demokratie sollte jedoch auch nicht an der Digitalisierung vorbeigehen. Viele haben Bedenken, was elektronische Wahlsysteme angeht. Ich denke jedoch, wenn dieses ordentlich organisiert ist, können Möglichkeiten von Manipulation durchaus überwunden werden. Bei vergangenen Wahlen kam es vor, dass Auszählungen im Nachhinein korrigiert werden mussten. Es gab sogar Wahlhelfer, die zugegeben haben, dass sie absichtlich Stimmen falsch zugeordnet haben. So etwas kann durch elektronische Wahlen ausgeschlossen werden. Erstmal sollte, um externe Manipulationen auszuschließen, jedes Wahllokal autonom bleiben. Also keine am Internet angeschlossenen Systeme. Um eine geheime Wahl zu gewährleisten, würde die Wahlberechtigungskarte im Wahlbezirk durch eine Schickkartengröße Wahlkarte ausgetauscht werden. Es gäbe also vor Ort keine Wahlscheine mehr aus Papier. Diese Wahlkarte würde in einen Wahlcomputer im Wahllokal eingeschoben oder eingescannt werden. Keine Karte darf mehrfach verwendet werden. Gebrauchte Wahlkarten werden durch den Wähler nach der Wahl in die Wahlurne geworfen. Jede Karte berechtigt den Wähler zur Abgabe der vorgesehenen Zahl von Stimmen. So werden auch ungültige Stimmen ausgeschlossen. Es sei denn, ein Wähler wählt mit Absicht die Option Stimme ungültig machen. Die Auswahloptionen zeigen an, für was in einem Wahlschritt eine Stimme abgegeben werden soll und wie viele Stimmen noch verfügbar sind. Bei Parteien stehen alle Namen der Listenkandidaten und deren Programmen hinter einem Infolink. Bei Direktkandidaten steht hinter dem Namen der Partei der entsprechende Name des Kandidaten inklusive persönlicher Angaben. Jede Eingabe wird am Ende der Eingabe durch das System zusammengefasst angezeigt und muss durch den Wähler bestätigt werden. Korrekturen sind möglich, solange nicht bestätigt und abgeschickt wurde. Bei der Auszählung wird die Zahl der eingeworfenen Wahlkarten mit den abgegebenen Wahlberechtigungen und den abgegebenen Stimmen verglichen. Jeder Wahlautomat bietet ein eigenes Ergebnis. Das Ergebnis wird durch den Wahlleiter manuell, wie auch bisher, weitergeleitet. Vor Weiterleitung berechnet der Wahlleiter das Ergebnis seines Wahlbezirks aus den Ergebnissen der Wahlcomputer, die in seinem Wahllokal stehen. Die Auswertung zeigt, wie viele Stimmen für welche Partei oder welchen Kandidaten abgegeben wurden. Anstelle der Briefwahlen geht es ins Internet. Mit einem geschützten Zugang, der über den Postweg zugestellt wurde, kommt der Briefwähler auf einen Server des zuständigen Wahlamtes. Dort dieselbe Steuerung und dasselbe System wie im Wahllokal. Die Internetvariante ist im Übrigen auch in Seuchen- und Krisenzeiten für alle anwendbar. Bleibt noch die abschließende Frage, was mit den Wahlberechtigten ist, die per Briefwahl wählen wollen, aber keinen Internetzugang haben. Für diese verschwindend geringe Zahl an Wahlberechtigten steht die bisherige Papierform weiter zur Verfügung. Zur Auszahlung genügt hier ein Briefwahlbezirk, der bundesweit die Stimmen sammelt und ins System einpflegt. So wie bei den Wahlen der Kanzler bzw. der Ministerpräsident direkt gewählt werden soll, so sollte auch der Bundespräsident direkt durch das Volk und nicht durch die Abgeordneten gewählt werden. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Ich würde mich freuen, euch in meinem Kanal zu sehen.